In diesem Film wird die Anwendung eines Defibrillators gezeigt. Wir haben die Informationen in drei Abschnitte eingeteilt. Vorbereitung zur Defibrillation, Durchführung der Defibrillation, Sicherheitshinweise zur Anwendung. Nachdem die Notfalldiagnose Atem-Kreislauf-Stillstand gestellt wurde, beginnt ein Sanitäter mit der Herzdruckmassage. Der zweite Sanitäter bereitet die Defibrillation vor. Der Sanitäter klebt die Elektroden auf den trockenen Brustkorb des Patienten. Die Elektroden müssen flächig und fest aufgeklebt werden. Die Standardposition der Elektroden ist auf den Elektroden abgebildet. Die Herzdruckmassage werden so lange weitergeführt, bis der Defibrillator dazu auffordert, den Patienten nicht mehr zu berühren. Nach der Analyse empfiehlt der Defibrillator, bei Bedarf einen Schock abzugeben. Bei einer längeren Ladephase des Defibrillators soll in der Zeit, bis der Schock abgegeben werden kann, die Herzdruckmassage durchgeführt werden. Vor der Defibrillation ist durch den Sanitäter ein schneller Sicherheitscheck durchzuführen. Keine berührte Patienten. Nach der Schockabgabe wird sofort die Herzdruckmassage fortgesetzt. Während der Defibrillation muss die Beatmungsmaske vom Gesicht des Patienten entfernt werden und mindestens einen Meter von dessen Brustkorb weggehalten werden. Ist der Brustkorb nass, muss dieser vor dem Aufkleben der Elektroden trockengewischt werden. Weder der Patient noch andere leitende Gegenstände, wie zum Beispiel die Trage, auf der der Patient liegt, dürfen während der Defibrillation berührt werden. Der Sanitäter, der den Schock abgibt, muss sich vergewissern, dass jeder weg vom Patienten ist. DASTER 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 DASTER